ich weiß gezeiten und genau das ist auf jeden fall dreier projekt also drei leute an dem projekt gearbeitet die bisher fuhr severic und kennt darum und genau ich bin auf jeden fall gespannt was uns hier so erwartet bitte gebe den namen ein kann ich nicht zurück machen ich würde gerne das war ja so hier etwas anders okay die buchstaben sich dann wohl tatsächlich die frage zum ob der name bärenbruder passt das ist ja hoffentlich nicht der fall hier habe ich ein ganz gutes gefühl nicht bärenbrühe der perfekt Ah, meine Kleinen, schön, dass du deinen Oma besuchen kommst. Hier wäre es, wenn wir erstmal ins Haus gehen, wobei dir deine Lieblingskekse. Die mit Schokolade, eigentlich mit Honig, aber natürlich, sogar mit sehr viel Schokolade. Juhu, dann gehe ich am besten mal ins Haus und bereite alles vor. Ich verstehe, okay, sogar mit Laufanimation extra, dass das aussieht, oder sieht das nur so aus? Ne, aber an sich auf jeden Fall ein gutes Sprite und generell gute Grafiken, finde ich. Nicht nur vom Schatz, sondern auch allgemein, das, ja, man erkennt auf jeden Fall Severics Team wieder. Ich finde es auch mal ganz interessant, endlich mal ein Spiel mit Severics Ressourcen zu sehen, weil ich finde die Ressourcen eigentlich immer so richtig toll von der und es ist schön, um die mal auch wirklich in dem Spiel zu sehen. So. Okay, so, wirklich, mit viel Italien kann ich bisher noch nicht. Ein Haufen Bücher, die ich nicht verstehe. Ah, da ist die Oma, okay. Die Tür ist verschleun, mit dem passenden Schlüssel. Ich habe gerade keine Lust auf Fernseher, mein Bett, ich bin aber noch gar nicht müde. Hier. Das Bett von meiner Schwester. Und wo ist die, wenn ich fragen darf? Du hast eine Spielzeugangel gefunden. Schwesterherz und ich fand früher mal am Strand und habe versucht mit der Angel etwas zu fangen. Das war lustig. Alte Kinderbücher, die uns Umi immer vorgelesen hat. Ein alter Blattenspieler. Das ist Oma's Staffel, da muss ich jetzt nicht rein. Da geht es in beide Zimmer, da muss ich jetzt nicht rein. Du hast einen Magneten gefunden, den kann ich bestimmt brauchen. Okay. Habe ich ja auch ein Weitwin im Wettar? Habe ich in der Tat. Skills. Wer in Modal Level 1. Heilung. Funken. Rüsten. Schwert. Warte mal. Ich habe als, äh, als Kind, als Waffe ein Schwert, Schild, Hut, Hut und Stoff. Okay. Aber Schwert und Schild? Ich bin doch kein Ritter im Mittelalter. Ähm. Keine Gegenstände genau. Ah ja. Ziemlich stark. Ne. Einmal das Plastik nicht für ihr eigentlich schreckt. Da ist ein Vogel mit einem Schlüssel. Hallo? Kann ich was mit dem machen? Ne. Wünscht nicht. Interessant. Hä? Ah, hier unten geht es doch. Okay. Au, interessant. Was wird denn jetzt? Erstens, wie kommt der Schlüssel und zweitens, wie ist es da reingefallen? Wo dieses Schlüssel passt und wie bekomme ich ihn aus dem Wasser? Wenn ich mal die Magneten an der Angel festmache? Aha. Super. Jetzt noch zum Teich. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Da ist der. Schlüssel erhalten. Wo der wohl passt? Ähm. Der Schlüssel für den Keller. Ich verstehe. Hat auch noch was zu sagen. Hm. Oh. 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 Du brauchst noch ein bisschen. Wie wäre es, wenn du im Garten spielen gehst? Da war ich doch schon. Aber hier. Hier kann ich jetzt in den Keller. Toll. Was soll ich hier? Ich kann das Bügelbrett da nicht passieren. Bin ich gerade. Hier. So. Wozu kann ich jetzt in den Keller? Wenn ich hier nichts machen kann. Ach. Du hast Notizbuch gefunden. Was ist das für ein Buch? Ich kann Oma schriftlich gut lesen. Aber im Notizbuch steht was für ein Krieg. Opa und einer Höhle am Strand. Wenn die Höhle die Prüfungen der Gütten Corona absolviert, soll man einen Wunsch erfüllt bekommen? Ein Wunsch? Dann könnte ich. Ich sollte mal mit Oma sprechen. Äh. Oma, ich habe im Keller Notizbuch gefunden. Im Keller sagst du? Ich dachte, ich habe die Schlüssel verloren. Und das Notizbuch, weißt du? Deine Oma hatte damals wirklich viel Fantastik gehabt. Damals dachte ich, dass ich in einer Höhle am Strand eine Göttin getroffen habe, die mir dann einen Wunsch erfüllt hat. Aber das war nur meine Fantasie. Deine Oma war nämlich eine Tagträumerin. Im Strand ist eine Höhle, in der eine Göttin lebt und ein Wunsch erfüllt. Das ist ja so cool. Es gibt tatsächlich eine kleine Strandhöhle, aber dort gibt es Wasser und Felsen. Also gut, gern. Brotatein. Wir brauchen etwas für die Kekse. Hm. Okay. Ich gehe jetzt langsam draußen spielen. Das ist der Strand. Die Luft ist nicht so süß. Wir gucken, ob ich in einer Höhle etwas finde. Das äh... Oh. Ja. Okay. Das Wasser gefällt mir. Auf wen das animiert ist. Auf jeden Fall. Nur äh... Ja. Wir können darüber laufen. Quasi Jesus. Ja, und die Zeit sind an sich schon ganz gut. Wie gesagt, vor allem hier die Wasserhöhlemaschine gefällt mir. Aber ich... Ja, finde... Hier und da... Könnt ihr jetzt schon noch ein bisschen Details vertragen? Woff. Dieses Felsbild sieht wirklich cool aus. Ich frage mich, ob diese Frau auf der Abbildung die Göttin ist. Mal sehen, was auf der Tafel geschrieben steht. Ich herrsche über die Gezeit und den Mund. Und ich bin eine Beständigkeit, deren Macht selbst das Schicksal beeinflussen kann. Stelle dich den vier Puffungen und erhalte einen Wunsch. Aber Oma hatte recht gehabt. Wenn ich einen Wunsch habe, ich sollte mich den Puffungen stellen. Doch scheint es nach unten zu gehen. Okay. Jetzt sagt ihr nichts. Jo... Was machen wir denn jetzt als erstes? Wo gehen wir hin? Schlange vor hier. Was ist das? Achso. Zurücksetzen. Okay. Verstehe. Ähm... Okay. Da ist eine Erhöhung. Da ist eine Erhöhung. Da ist eine Erhöhung. Können, denke ich jetzt erstmal. So. Vermute ich. Äh... So. Hier. 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 Wunderbar. 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 Das war's schon. Wunderbar. Das war's. Wunderbar. 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 Stein. Kleine Riss. Wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm... Motor und Mondfilter platzieren. Die Frage ist nur, spielt das eine Rolle? Was in welcher Hand davon sein muss? Oder ist das egal? Boah... Wo ist das? Was ist da was? Na ja... Und anscheinend... War das richtig? Das kam halt kein... Kein richtiges Feedback, ne? Kein Sound oder sonst was? Was ist denn das? Hier muss man noch ne richtige Einfolge machen? Also... Vollmond? Halbmond? Halbmond? auf der anderen seite sicher und das ist nicht okay das ist doch einfach eine bestimmte reihenfolge sicher bot dann der dekalen oder was der da kommt der sich unter der andere sich in dieser reihenfolge stimmt da sollte man ja einfach die namen ich doch eingeben die ist ja kroner Das ist ja auch der Tag. dann noch das pin nach da und dann noch zum schluss das ah da ist der einkaufen das war's das sind die göttin drin das ist ein richtiger tempel auf ich frage mich ob ich noch ein rätsel lösen muss hallo oder spricht er ich bin kroner die göttin der gezeiten und des mondes dann wird da ich fresse ein besen interessanter über oder viele menschen nicht lösen können was immer noch total einfach doch du bist anders das muss wohl in der familie liegen also frau kroner habe ich ein wunsch frei natürlich per monat du hast alle prüfungen wo bestanden die soll ein wunsch gewährt werden mein wunsch ich wünsche ist schon ein ordner oder ich weiß wie dein größter wunsch lautet du möchtest deine schwester wieder haben ich verstehe sie ist also tot ist gestorben ja sie war ganz so krank wir waren oft im krankenhaus und dann eines abends kam papa und mama nach hause sie waren ganz so traurig und haben geweint dabei dachte ich immer dass er wachsen nicht weinen und dann haben sie gesagt dass schwätze erst jetzt im himmel ist sagt dann gehen alle menschen hin wie sie ganz dort krank sind seitdem habe ich das jetzt nicht mehr gesehen bitte macht dass meine schwester wieder da ist ein kleiner bernbruder du bist noch so jung doch musst du den schmerz des verlustes ertragen ich werde dir allein wunsch jetzt erfüllen bitte schließe genau auch wenn schätze wieder wie wäre es wenn wir erst mal ins haus gehen oder packt eure lieblings kekse oder die oma sich gar nicht dass ich das die mit schokolade aber natürlich sehr viel schokolade ich werde ich wette ich kann ja nichts ist okay also wahrscheinlich ist das jetzt die anfang des spiels die zeitlinie jetzt quasi ungeschied gemacht worden also dass sie quasi nie gestorben ist also sie wurde quasi nicht wieder lebt sondern die zeitlinie wurde einfach irgendwie verändert so dass er halt nie gestorben ist so verstehe ich das jetzt nee das stimmt nicht ich werde die meisten kekse essen das werden wir sehen wenn ich gewinne musst du eine woche lang mit meinen puppen spiel äh mein gott jetzt rede ich schon als oma das ist auch die schwester muss man einfach spielen ach kinder breit euch ober nicht so viel sorgen es wird genügend kekse für euch beide geben grafiken semer externe kennt auch die schoss und misser fu musik die hat droh irgendwas ende ja gut war auf jeden fall etwas kurzes kleines gem game kann ich jetzt schon mal sagen für so ein auf jeden fall ja total ausreichend gut geräte fand ich ein bisschen sehr simpel muss ich sagen aber ja wie gesagt es ist kein system geben mit ja recht süßer story und ja doch und ja ansicht von grafiken aber ich muss ich muss sagen dass das ende passt mir hier nicht so ganz mit jetzt kein großer freund von ich sag dann aber immer noch genau was dazu und noch zu viele andere sachen natürlich wie ich das hier mein review video machen da gehe ich ja sehr ausführlich auf die ganzen punkte ein deswegen muss ich das jetzt extra hier machen sparen wir uns auch so mit zeit sowohl ihr als auch ich gut das war's dann auf jeden fall ja mit dem projekt und geht es mit dem nächsten weiter aber bis es so ist wie ich noch hier wieder sagen muss gut bis zum nächsten mal